Hoi zusammen, hello, happy new year. Wir kommen zum ersten Podcast im 2023. Ich muss euch leider schon ein bisschen enttäuschen, es wird kein Podcast sein. Es geht in erster Linie darum, wir sind heute hier, um euch einmal Danke zu sagen. Wir haben schon recht lange, lange her mit unseren Podcasts angefangen. Dann immer mal wieder einen Unterbruch gehabt, mal einen gemacht, dann wieder lange, lange nichts. Und seit einer gewissen Zeit sind wir relativ konstant. Es kommen eigentlich alle zwei Wochen, kommen neue Podcasts raus. Und ich muss sagen, wir sind sehr, sehr, sehr überrascht. Oder respektive muss ich es vielleicht anders sagen. Wir sind sehr dankbar, dass die Resonanz von euch, die Feedbacks von euch so gut sind. Ich glaube, das Zeugs wird wirklich gelöst. Und geschaut und das freut uns extrem. Für das möchten wir Danke sagen. Und wir versprechen euch auch, im 2023 geht es weiter. Diese Woche kommt leider keine raus, aber in zwei Wochen kommt der erste offizielle vom 2023 raus. Damit wir mit dem Ganze weitermachen können und wir für euch möglichst interessante Gäste einladen können, wäre es super, wenn ihr uns folgt, liked, was muss man noch alles machen, Chris? Einmal Kanal abonnieren. Kanal abonnieren und alles so. Weil je besser und je grösser unser Kanal aufgestellt wird, aufgestellt ist, desto bessere und interessantere Gäste können wir einladen und desto mehr Informationen können wir euch bieten. Also es startet, oder respektive, es steht und gefällt ein bisschen mit euch, was ihr zu hören überkommet. Weil je grösser ein Kanal wird, desto interessantere Leute können wir haben. Anders aber auch, wir sind immer wieder froh um Feedback von eurer Seite und vielleicht auch Vorschläge, wer wir einladen können, wer euch mal interessieren würde. Und in diesem Sinn... E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse? E-Mail-Vorschläge, oder wie das Leute wissen. Ja, oder Kommentare, aber ja, sonst immer wieder ein E-Mail an info.limitlesspower.ch oder auf unsere sozialen Medien könnt ihr uns erreichen. Und in diesem Sinn, das haben wir Chris voll unterbrochen, wünsche ich euch einen ganz schönen Start ins 2023 und bis ganz bald. Marc, tschüss zusammen.